Wollt ihr welche PC-S annehmen? Die hinteren zwei. Ähm, das war nicht geil. Okay, die zwei können aber nicht so groß sein. Soll ich es eigentlich gut hier? Wie bist du denn jetzt drin? Oh, quick. Was ist denn? Ja, aber du weißt, dass ich eifersüchtig bin. Warum schreibst du denn wegen Mädchen? Darf ich das nicht? Nein, ich bin deine Freundin und du weißt es. Okay, dann ich guck raus. Ja, bitte. Danke. Jetzt bist du schon wieder drin. Ich meine nicht. Das heißt doch du mir da zu sagen. Natürlich. Du weißt, dass ich eifersüchtig bin, als bist du wieder drin. Du hast mir gerade eben gesagt, dass du nicht mehr reingehst. Entschuldigung. Du hältst nie deine Versprechungen. Das regt mich an dir so auf. Könntest du bitte raus... Guck mal, wo du drinnen bist. Könntest du bitte rausgehen? Danke. Und jetzt bleib aber bitte draußen. Ich mach das dir auch noch. Ich mach das dir auch noch. Ich schab das nicht. I mijn – das ist der Lied. – Ich schreien. Ich wünsche dir je die Augen. Ich höre in deinen Augen die Fasen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Oh mein... Oh nein! Untertitelung des ZDF, 2020